Der Aufstieg der Föderation zur Macht begann bereits vor Jahren. Als die großen energieerzeugenden Wüsten zerstört wurden, brachen die von ihnen abhängigen Weltmächte zusammen. Die Föderation erhob sich aus ihren Trücken. Die Föderation hat ganz Südamerika unter einer Flagge vereinigt und bei ihrem Vormarsch nach Norden alles in ihrem Weg verschlungen. Als sie Odin gegen uns richteten, stand die Föderation direkt vor Amerikas Haustür, bereit für den Todesstoß. Sie dachten, wir wären schwach. Eine leichte Beute. Wir kämpften. Doch gut, so dass wir ein blutiges Papp erreicht haben. Und hier, jenseits der Krater des Niemandslands, führen wir einen defensiven Krieg gegen einen überlegenen Feind. Viking 6, seid ihr da? Hash, Logan. Na, verstanden. Ja, wir sind hier. Was gibt's? Schöne Welt. Ja. Ah. Riley! Riley! Schnapp dir deine Sachen los. Oh. Und das ging schnell. Die zwei seid ihr in unserer Nähe. So, sonst noch. Irgendwie. Habt ihr Jungs was? Riley hat. Wir sehen nach. Sicher, dass du nicht den Ball haben willst? Wir sichern den Ausgang. Na gut. 2, 1 Ende. Dann nehm ich mal die Honey Badger. Mit A, C, O, G. Hm. Joa, gut geht. C, um dich zu ducken. Wird auch rechts unten schön angezeigt. Hier, ducken, legen. Mann, gibt's hier keine Tür? Okay. Also, Riley. Such. Nicht deine eigene Kacke erschnüffeln oder was du auch immer versuchst da zu machen. Weiter laufen. Aber der Hund ist schon echt geil gemacht. Also, das muss man den Entwicklern definitiv sehr positiv zusprechen. Der Hund ist geil. Verdammt, na. Oh. Ist da wer? Nehm die rechte Tür. Was? Muss ich jetzt mit dem mit oder nicht? Ja, doch schon. Ja. Uah. Alter. Alter. Dummer Fehlerlarm, Hund. Geh da hässlich durch die Tür und dann? Ja. Treffpunkt Andermau. Oh. Da ist sie. Sieht übel aus, aber sie steht noch. Okay. Jo. Amerika hat sich verändert. Ja. Sergeant. Ist der Bereich sicher? So gut wie müssen noch diese Seite der Mauer absuchen. Welcome to Hollywood. Sollte schnell gehen. Treffpunkt bei der Tankstelle. Alles klar. Beziehungsweise Ex-Hollywood. Heute Schlachtfeld Wood. Der war es nicht. Der war es ganz und gar nicht. Moment, der ist ja ein Schalldämpfer drauf. Oder? Der ist ein Schalldämpfer drauf. Ja, der ist... Es stimmt, auf der Honeybatch ist der Schalldämpfer standardmäßig drauf. Ähm. Oh, oh, oh. Wo sind die denn? Da. Zum Beispiel. Da ist auch noch einer. Da war noch einer. Da war noch einer. Alter Schwede. Fass. Genau, Riley. Ah, da war auch noch einer. Ja. Aber echt. Ja. Ach, scheiße. Ja, ich hab die ganze Zeit auf Liegen gedrückt. Hehehe. Alle weg. Nichts brauchst Deckung. Lad einfach so nach. Geht schon. Sly. Oh, gut gemacht, Riley. Roger kapiert. Als ob es Roger nicht getan hätte. Oh, shit. Ich würde ja jetzt ganz gern die Tankstelle anschießen, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das Ding nicht vielleicht sogar in die Luft geht dadurch. Und es wäre jetzt nicht unbedingt sehr positiv. Moment. Nehmen wir einfach mal die da mit. Ja, komm. Was ist los, ihr Feiglinge? Oh. Ja. So. Mein Aim ist mal wieder grandios. Muss man ja lassen. Au. So, wo sind noch Gegner? Da war ein Gegner. Ja. 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 Ah, ich bleib jetzt standardmäßig so. Das ist nice. Oh, shit. Stirb. Du auch. Du da sowieso. Ja. Da ist doch noch irgendwo einer. Da hinten. Ich hänge jetzt einfach vor. Komm. Passt schon. Ohne das ACOG wäre die Waffe, glaube ich, deutlich geiler. Oh. Jetzt schon auf die anderen Waffen wechseln. Oh, shit. Einfach durchfeuern. Immer gute Devise. Wow. Alter. Also, der Sprache nach zu urteilen, sind es schon wieder mal Russen. Aber es wäre nichts Neues. Hopp, 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 hopp. Ja, die Honeybatcher lasse ich mal jetzt in dem Fall los. So, wo sind die Vögelchen? Lenken Sie die Raketen mit dem Laser. Ja, wo sind die denn? Vögel, die ich nicht sehe, kann ich nicht abschießen. Ja, das war der Vogel. Wow. Alter. Ja, was willst denn du jetzt? Scheiße. Nein, Deckung, 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 Deckung. Ah. Gut. Jetzt lad doch automatisch nach, ey. Hä? Achso, da waren zwei Schuss drin. Oh, Alter. Ich kann nicht zielen. Ja, irgendwie ist er jetzt doch getroffen. Geht doch. Alter. Ach, ich möchte die nur einfach nur einmal anvisiert haben müssen. Ich bin so blöd. Ja, sorry, ich hab mit dieser Waffe noch nie Feuer hantiert. Gut. Das Team macht mal was. Wenn man selber schlecht genug ist. Na ja. Äh, hier hinten? Jo. Äh, F. Nichts gedrückt halten. Einmal kurz drücken. Und jetzt? Darf ich nicht absch- Darf ich den nicht in die Köpfe schießen? Ich glaub, das wär ein bisschen unangenehm, oder? Ja. Ja. Hier draußen herrscht schon wieder Panik. Oh ja. Verständlich. 20 Minuten später. Das ist schon ein bisschen. Weißt du, manche würden jetzt auf die anderen Häuser achten, oder auf den Sound. Ich achte auf Riley. Mal ernsthaft, die sieht doch putzig aus. Ja, die könnten mich mal. Ich will mein Fleisch. Scheiß auf Angriff der Förderation, oder nicht? Ja, weil sie so langsam, hä? Oh. Nice. Ich würd sagen, hier ist die Kommandozentrale. Moinsens. Stoppst mich nicht weg. Und du auch nicht. Dad, sie haben Zivilisten hingerichtet. Ich weiß. Sie haben es vor allem auf Plünderer abgesehen, um in die Stadt zu gelangen. So haben sie Dallas praktisch über Nacht eingenommen. Wie können wir helfen? Dad. Hör zu, Jungs. Außer euch... ...hab ich nichts mehr auf dieser Welt. Dad. Hör zu. Und auch nur euch kann ich vertrauen. Was ist los, Dad? Was immer es ist. Logan und ich. Wir sind bereit. Ihr zwei geht ins Niemandsland. Moment. Echt jetzt? Wir waren lange genug in der Defensive. Ich schicke euch Jungs hinter die Mauer. Ihr tut euch mit dem Aufklärungsteam zusammen. Sammelt Infos über den Feind und bringt euren Arsch zurück. Wo genau im Niemandsland geht's denn hin? An einen Ort, den ihr besser kennt als sonst jemand. Ihr geht nach Hause. Hmhm. Endlich nach Hause. Ich weiß bloß nicht, ob der Anlass unbedingt so passend ist. Ich weiß nicht, ob der Anlass ist. Ich weiß nicht, ob der Anlass ist. Ich weiß nicht, ob der Anlass ist.